Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Bayerische Verfassung. 70 Jahre aller Ehren wert. Bayern in guter Verfassung. Wir gratulieren sehr herzlich als bayerische SPD-Landtagsfraktion. Wir sind die verfassungspatriotische Partei des Freistaats Bayern, denn es war ein SPDler, ein Sozialdemokrat, der 1946 die Bayerische Verfassung initiierte, Dr. Wilhelm Höckner. Die Bayerische Verfassung ist ein Plädoyer für den sozialen Zusammenhalt, für soziale Gerechtigkeit und sie ist zugleich eine Charta für die Freiheit. Und werden wir uns deshalb 70 Jahre danach bewusst, unsere bayerische Demokratie ist ein Geschenk für uns alle. Wir alle haben den Auftrag und die Aufgabe für unser Gemeinwesen zu arbeiten. Jeder so gut er kann und jeder gerade an der Ecke im Freistaat, wo er es für richtig hält. Arbeiten wir für unsere Demokratie. Wir haben keine zweite in der Schublade. Und verteidigen wir Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechte gegen diejenigen, die sich im Moment überall in Europa, aber auch bei uns in Bayern auf den Weg machen, mit rechtspopulistischen Kapriolen, mit rechtspopulistischen Parolen unser Gemeinwesen zu schädigen. Verteidigen wir gemeinsam unsere Demokratie und stehen wir für sie ein. Amen.